Das Milliken-Experiment dient zur Bestimmung der Elementarladung. Was Herr Milliken sich gedacht hat, war, man könne doch einen Kondensator nehmen, kann in diesen Kondensator eine kleine Bohrung machen und könnte dadurch zum Beispiel Wassertröpfchen in diesen Kondensator sprühen. Dann würden diese Tröpfchen beim Reiben an dieser Platte und beim Einsprühen durch diese dünne Düse Ladungen aufsammeln, Elektronen. Das heißt, man hätte dann hier kleine negativ oder auch zweifach negativ geladene Tröpfchen. Und wenn man dann den Kondensator so polt, dass hier Plus und Minus ist, könnte man es ja eventuell schaffen, dass diese Tröpfchen schweben. Und wenn diese Tröpfchen schweben, dann ist es ein Gleichgewicht zwischen der elektrischen Kraft und der Gravitationskraft. Und dann könnte man sehr einfach sagen, FEL ist gleich FG. Und die Gravitationskraft ist nichts anderes als M mal G, also Masse mal Ortsfaktor. Und die elektrische Kraft ist nichts anderes als Q mal die Feldstärke. Und dann wäre es doch eigentlich sehr einfach, bei einem Elektron zum Beispiel das nach Q umzustellen. Und dann ist das M mal G durch E. Und wenn man E bestimmen möchte, kann man die altbekannte Formel E gleich U durch D einsetzen, also die Spannung, die am Kondensator liegt, durch den Abstand der Platten. Und schon hätte man die Ladung bestimmt. Und das ist an einer Reihe von Faktoren gescheitert. Der erste Faktor, das mit dem Wasser, hat überhaupt nicht funktioniert, weil sich diese Wassertröpfchen viel zu schnell verflüchtigt haben. Dann kam ein Student von ihm auf die Idee und hat gesagt, man könnte doch besser Öl verwenden, denn Öltröpfchen halten sich wesentlich länger in Luft. Das ist also schon mal eine ganz wesentliche Änderung. Dann hat man dieses zerstäubte Öl. Nur, was man nicht bestimmen kann, ist die Masse eines solchen Öltröpfchens. Und damit hat man ein Problem, denn wenn es keine Möglichkeit gibt, die Masse zu bestimmen, kommt man auch an die Ladung nicht heran. Und auch daran ist es relativ lange gescheitert, bis es weitere Ideen gab. Da hat Herr Milliken dann bei Herrn Stokes Anleihe genommen. Denn Herr Stokes hat sich mit dem Stokeschen Reibungsgesetz befasst. Er hat eine Formel dafür aufgestellt, wie etwas in einem Medium fällt, also welche Kraft, welche Reibungskraft wirkt, wenn man etwas in ein Medium taucht, zum Beispiel eine Kugel in Honig versenken würde oder sowas. Welche Reibung sie beim Sinken in dem Honig oder in dem Wasser oder auch in Luft spürt. Und diese Formel ist 6 Pi Eta mal R mal V. Das bedeutet, Eta ist eine Materialkonstante. Diese Materialkonstante gibt an, ob es sich zum Beispiel um zähflüssigen Honig handelt. Es hat mit der Viskosität zu tun, diese Viskosität. Ob es sich um zähflüssigen Honig handelt oder ob es sich um etwas Dünnflüssiges handelt, in dem etwas fällt. Der Radius des Körpers ist wichtig und die Geschwindigkeit, mit der etwas sich bewegt. Ihr alle kennt das vom Autofahren. Die Luftreibung wird umso größer, je höher die Geschwindigkeit ist. Also die Geschwindigkeit hat auf jeden Fall was damit zu tun. So, und jetzt kann man sich fragen, ja was soll das hier? Okay, angenommen ich habe keinen Gleichgewichtszustand, dann gibt es jetzt zwei mögliche Fälle. Einmal, der Kondensator ist so herumgepolt. Wenn ich die Polung so stark mache, dass sie stärker ist als die Gravitationskraft, dann wirkt die elektrische Kraft erstmal hier nach oben. Die Gravitationskraft wirkt nach unten. Entschuldigung. Und wenn die elektrische Kraft größer ist, dann habe ich den sogenannten Steigfall. Das bedeutet, die Tröpfchen werden zur oberen Platte sich hinbewegen. In einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Naja, jedenfalls so lange, bis die Reibungskraft, die Sie erfahren, genauso groß ist wie die beschleunigende Kraft. Und dann geht die gleichmäßig beschleunigte Bewegung über in eine gleichförmige Bewegung. Und das passiert bei diesen sehr kleinen Tröpfchen sehr schnell. Und diese gleichförmige Bewegung, die kann ich dann so charakterisieren, also für den Steigfall, ist es so, dass die elektrische Kraft größer ist als die Gravitationskraft. Das bedeutet, wenn ich die Differenz der beiden bilde, wenn ich diesen Pfeil an diesem setze, dann bleibt ein Stückchen der elektrischen Kraft übrig. Und wenn ich dem entgegen die Reibungskraft setze, die jetzt genau denselben Betrag hat wie die elektrische Kraft, dann findet keine Beschleunigung und kein Abbremsen mehr statt, sondern dann habe ich eine gleichförmige Bewegung. Und dafür kann ich die Gleichung aufstellen. Für den Steigfall wäre also die Differenz der beiden Kräfte, FEL minus Fg wäre genauso groß wie die Reibungskraft. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Ich könnte auch den Sinkfall betrachten. Beim Sinkfall ist es so, dass die elektrische Kraft und die Gravitationskraft in dieselbe Richtung gehen. Wenn ich den Kondensator nämlich umpole, wenn ich den Pluspol hier unten hinsetze, den Minuspol da oben, dann kriegen die ja nochmal einen zusätzlichen Schwung. Und dann ist der resultierende Pfeil natürlich länger. Und auch hier wird aber irgendwann wieder die Reibungskraft, hier habe ich FEL plus Fg, auch hier wird die Reibungskraft FR irgendwann genauso groß sein wie dieser andere Pfeil, sodass dann FEL plus Fg gleich FR ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wozu ist das Ganze nützlich? Denn wenn ich mir diese Formel mal angucke, diese Reibungsformel, dann handele ich mir ein zusätzliches Problem ein, nämlich das Problem des Radius der Tröpfchen. Eins ist klar, wenn ich die Masse der Tröpfchen nicht bestimmen kann, weil die so winzig sind und da eingesprüht werden, dann sollte ich mit dem Radius ähnliche Probleme haben. Und tatsächlich, das ist so. Man hat mit dem Radius die gleichen Probleme. Den Tröpfchenradius kann man ebenfalls nicht bestimmen. So, das bedeutet, das ist ein Trick notwendig. Und dieser Trick ist, dass man die Geschwindigkeiten des Sink- und Steigfalls einmal addiert und einmal subtrahiert und sich damit ein lineares Gleichungssystem mit zwei Gleichungen bastelt, aus dem man eine Variable eliminieren kann. Ich stelle die Gleichungen jetzt eben einmal auf. Wir wissen, FEL ist nichts anderes als Q mal E, das hatten wir oben. Fg ist nichts anderes als M mal G. und Fr ist nichts anderes als dieses 6 Pi Eta mal R mal V. Das ist kein besonders schönes Eta, was ich da gezeichnet habe. Na, so geht das Eta. 6 Pi Eta R mal V. So, und wenn ich das alles einsetze, sowohl für den Sinkfall als auch für den Steigfall, dann bekomme ich die Reibungskraft 1 beim Sinken ist gleich Q mal E Q mal E plus M mal G und die Reibungskraft 2 beim Steigen Fr2 ist gleich Q mal E minus M mal G. So, wenn ich das einsetze und jeweils nach der Geschwindigkeit umforme, dann erhalte ich, dass beim Sinken V1, die Geschwindigkeit 1, gleich Q mal E plus M mal G geteilt durch 6 Pi Eta R ist und beim Steigen V2 gleich Q mal E minus M mal G durch 6 Pi Eta R und dann besteht die Möglichkeit tatsächlich zwei Gleichungen aufzustellen, indem man einmal sagt, was ist denn eigentlich V1 plus V2? Dann kann man das als Gleichung schreiben, indem man diese beiden Terme dahinter addiert und was ist eigentlich V1 minus V2? Dann kann man für V1 und V2 eine zweite Gleichung aufstellen, indem man diese beiden Terme subtrahiert. Und dann habe ich zwei Gleichungen und kann mit diesen zwei Gleichungen eine Unbekannte eliminieren. Und diese Unbekannte kann dann der Radius der Tröpfchen sein. Und wenn man das gemacht hat, kommt man zu einer recht komplexen Formel, die ich euch im nächsten Video einmal näher bringe. Und ich werde auch noch mal ganz kurz sagen, wie man dann mit der Masse hier umgeht, die auch immer noch da drin steht, denn die ist ja unser weiteres Problem. Das dann also im zweiten Teil des Milliken-Versuchs. Und das dann geht es. Vielen Dank.